Abdullah ibn Umar hörte sein Gedicht Am heutigen Tag werde ich für meine Mutter wie ein untertäniges Tier sein und wenn irgendetwas oder irgendjemand versuchen sollte mich davon abzuhalten so werde ich heute standhaft sein damit meinte er dass ich nichts davon abbringen werde und in einer anderen Überlieferung heißt es dieser Mann kam zu Abdullah ibn Umar und fragte ihn O Abdullah ibn Umar ich trug meine Mutter schon länger auf meinem Rücken als sie mich in ihrem Leib getragen hat was so viel bedeutet wie er trug sie bereits länger als neun Monate auf seinem Rücken länger als neun Monate und er erzählte Abdullah ibn Umar O Abdullah ibn Umar meine Reise begann in Jemen und ich führte jedes einzelne Ritual des Hajj mit meiner Mutter auf meinem Rücken durch und nun sage mir Abdullah ibn Umar denkst du habe ich meine Schuld beglichen? er meint damit seine Verantwortung gegenüber seinen Eltern seine Pflichten habe ich diese Pflicht erfüllt? und hört was Abdullah ibn Umar und hört was Abdullah ibn Umar ihm darauf antwortet er sagte 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 du hast nicht einmal diesen einen Atemzug beglichen den deine Mutter am Tage deiner Geburt einatmen musste nicht einmal diesen hast du beglichen ich frage dich lieber Bruder liebe Schwester ich frage dich sag mir hast du deine Pflichten erfüllt? warst du gerecht zu dir? was ist es das du in deinem Leben erreichen willst? bei Allah du musst dir Ziele setzen setze dir Ziele für alles was du in deinem Leben erreichen willst aber tue dies ohne deine Aufgaben gegenüber deinen Eltern zu vernachlässigen sorge dafür dass du diesen Pflichten nachkommst und ihrem Wort Folge leistest denn wenn du deinen Eltern gehäuchst wirst du all deine Ziele erreichen können und ich schwöre dir bei Allah das ist der einzige Weg um deine Ziele zu erreichen es gibt keinen anderen Weg jedes Elternteil das es schafft sein Kind zum Alem oder Hafiz zu machen wird Allah subhanahu wa ta'ala am Tage der Auferstehung mit einer Krone belohnen und man wird diese Menschen sehen und man wird fragen wer sind diese Leute was haben sie in ihrem Leben an Gutem vollbracht für eine derartige Belohnung oft denken wir wenn ein Muslim Alem oder Hafiz wird was haben denn seine Eltern dazu beigetragen außer ihn auf eine Schule zu schicken sie selbst sitzen ja nicht mit ihren Kindern und lehren sie nicht eigenhändig und dennoch trotz all dem sieh welche Bedeutung ihnen Allah zugeteilt hat das alleine beweist die Hochachtung Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen gegenüber auch wenn weder du noch ich dies jemals zu sehen würden und trotz all dieser Würdigung wie sprechen wir unsere Eltern an wie gehen wir mit ihnen um wie oft verlieren wir unseren Respekt ihnen gegenüber wusstest du als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal mit seinen Gefährten saß da sah er aus der Ferne eine alte gebrechliche Frau auf ihn zukommen da sprang der Prophet a.sallallahu alaihi wa sallam auf und lief auf die Frau zu und dabei nahm er einen Teil seiner Kleidung ab um es auf dem Boden vor ihren Füßen auszubrecken all das für wen er hatte keine Mutter mehr wer war diese Frau es war Halima die Amme des Propheten er behandelte sie so als wäre sie seine eigene Mutter das ist Respekt das ist Ehre der Prophet a.sallallahu alaihi wa sallam zeigt es uns vor er zeigt uns genau wie wir mit unseren Eltern umgehen müssen die Wahrhaftigen unter uns tun dies alle anderen sind diejenigen die sich selbst an der Nase führen die heutigen Möchtegern Gangster Möchtegern Styler und Spaßvögel sie werden nichts davon in der Akhirah haben denn ich sage dir bei Allah das Einzige was dir nach dem Tod bleibt ist dein Kafan das ist dein einziges Outfit diese zwei Stofffetzen in die du eingewickelt wirst am Tage deiner Beerdigung auf einem der Friedhöfe zwei Stofffetzen wir können Untertitelung des ZDF, 2020